Und schön technisch finden. Prognate! Sie sind schon deutlich beweglicher als andere Schläge. Schau mal an! Schau mal an! Schau mal an! Schau mal an! Allerietto ist überzeugt, das ist Pecorella. Was entscheiden die Schiedsrichter? Nur für Petroalo. Ich sehe keine Schramme. Keine Schramme zu sehen. Keine Schramme zu sehen. Damit weiter 90. Pugnate! Startig! Ein sauberer Treffer auf den Oberschenkel. Vorher eine Minute. Schau mal an! Geht ihr an? 1-0! Pugnate! 2-0! Anstrengung! Startig! Das war ein Doppeltreffer. Guck mal, Arte. Lederstrieben. Das war an der Seite. Das war an der Seite Schuhsohle. Aber lassen wir es gelten. Das ist okay. Musst du von oben rauf machen, nicht von der Seite. Guck mal, Arte. Doppeltreffer. Schnitt von Pullos über den Oberarm. Gleichzeitig hat er zum Bein gehalten. Nee, Sack. Das war direkt rauf. Das war das Gemischt. Pugnate. Nein, Krempel. Was hast du gehört? Den Klonk hast du doch gehört. Wir können jetzt nicht mehr diskutieren. Pugnate. Effektor. Vergesst, dass mein Effektor größer ist als deine. Drin. Starte. Schön im Bauch. Und damit 3 zu 1. Ich brauche mal ein Taschentuch. Das ging voll auf die Nase rauf. Nein, mach mal sofort auf. Sofort aufmachen.